coopers logbuch unsere reise durch die imc testanlage soll eine abkürzung sein hatten wir schon gestern so heute sind wir ja ein bisschen weiter wir haben den einen gefunden was passiert danach keine ahnung deswegen sind wir hier deswegen wollen wir spielen drücken sie dead space um fortzufahren was hab ich doch schon dieses spiel ist manchmal echt komisch tja wenn sie mir den helm aushändigen kann ich ihn analysieren ja soll ich das wirklich tun bist du dir da so sicher stelle ich nicht so breit bin ich hin erzählen was ist das habe sich getroffen komm her na gut gibsch dir das ding durch andersons tod geht das kommando von spezialeinsatz 217 auf sie über ich gratuliere zu ihrer beförderung pilota es folgen instruktionen die anderson von commander sarah briggs von der miliz srs erhalten hat und die anderson und die anderson wir haben vor zwei wochen einige vor sprüche der imc abgefangen sie haben auf teichnet das gefunden es gab dort eine massive energie entladung die störungen der zeit ausgelöst hat ich möchte dass die srs die anlage inspiziert verstanden ich werde mich dort umsehen das sandgelenk gerät das wir während operation brisley geborgen haben müsste sie schützen die amc hat kubin blisk und seine söldner rekrutiert sie sollen dort irgendetwas beschützen seien sie also vorsichtig und anderson sie wissen wie gerne ich tue das wenn ich beschreibe also ziehen sie das nicht alleine durch die srs ist ein team die daten die major anderson gesammelt hat sind offenbar unvollständig wir sind verpflichtet einsatz 217 abzuschließen ich empfehle anderson's handgelenk gerät zu lokalisieren ehe wir fortfahren und anderson's handgelenk war nichts dann vermute ich an der anderen körperhälfte ich habe einen riss im security gebäude entdeckt verschaffe ihnen jetzt sogar ich bleibe hier und scanne diese struktur suchen sie nach informationen und dem fehlenden gerät was du denn da jetzt schön vielleicht kannst du nächstes mal ja mich werfen notiert notiert arsch wieso ist die andere hälfte ist doch da drunter nicht da also ich muss erst mal dabei also wieso soll ich darüber wenn die andere hälfte hier steckt und habe schon was verpasst guck mal da steckt doch die eine hälfte und die andere hälfte steckt doch nicht auf der anderen seite aber jetzt habe ich doch keinen scheiß das security gebäude ist jetzt zugänglich ich empfehle ihnen dort mit der suche nach dem gerät zu beginnen während ich die renkförmige struktur hier scanne ja ja benutze die seilrutsche ja der robo wirft keinen schatten www.lotzoptik.de ich glaube du brauchst eine neue brille von mir ist mir scheiß egal ob du weit weg wohnst www.lotzoptik.de beweg dich ja jetzt hast du mich hier hingestellt was soll der scheiß rucksackladung alles klar genau ungeguchter mitarbeiter entdeckt automatisierte sicherheitssysteme zu probieren naja ja scheiße warte mal hier sind alle gelb die tanzen no was was war das was war das ok da rüber a b ich werde geboren einmal auf die fresse komplett im arsch okay dann so möglicherweise ich verbrenne mir doch die füße alter was hier war es doch schon bis auf rieter umgesprungen okay jetzt verstehe ich jetzt eine andere map genau reiß ihm die hand noch ab du idiot mensch das macht man nicht macht anständig alles klar alles klar ich habe einige meiner ki funktionen auf das gerät übertragen um die kommunikation trotz zeitverschiebung es ist schön und jetzt schnauze weg da alter ist das geil das ist cool jetzt weiß ich auch warum er neu geladen hat die ist geile oder eigentlich nicht dies cool ja ja online treiben wir ihn in die enge da war irgendwas Aua! Okay, bin ich eben etwas zu nah dran gewesen. Was willst du? Aua! Ich habe mir ein Knöppchen gedrückt. Hallo? Was? Versuche den Komplex und sammle Informationen. 84 Meter. Was? Ach, da lang! Den kriegen wir so, he? Hey, du! Was? Was? Oh, nee! Ach, schwitzt nicht! Nee, 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 nee! Was? Nee, 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 nee! Nicht 2! Laufen steht auch noch voll in die Fress! Okay. Okay. die nach hause da bist du richtig noch so wo jetzt lang da rechts das heißt also hier unten drunter durch jungen halten dann würde ich sagen war voraus wieso sind das fisch jetzt weg haben wir das schon gemordet oder was die möchte ich nicht obwohl was das ist immer fecht dies fisch guck mal besonders gutem waffen wiedergekriegen aufmachen dankeschön war da jemand an meinen arsch scheint so ok hallo wir machen weiter der test muss abgeschlossen werden tachchen händersons beschädigten protokoll könnte hierfür relevant sein aktiviere wiedergabe die imc hat tatsächlich etwas entdeckt etwas das raum und zeit falten kann sie haben das ding garantiert nicht gebaut aber sie reaktivieren es was immer sie vorhaben es könnte eine katastrophe auslösen händersen out ich war noch nicht fertig mit gucken Was ist das hier für ein Plastikzeug? Plastikioch. Oh, die Sprache war einfach komisch. Ich nese ihn heute auch irgendwie. Hm. Wir müssen die Macht der Lade jetzt testen. Eine zweite Chance kriegen wir vielleicht nicht. Zulu 6, bereiten Sie die Lade für die Verlegung vor. Ah! Au! Heiß! Aber ich muss da hin. Das ist geil. Luck ist, wenn Skill zur Gewohnheit wird. Los, du ruchst die Komplexe, dann sagt man eben, was? Okay, anschießen ist nicht. Das ist Mark 2. Mark 1. Dann ist das da drüben Mark 3. Mark 3. Das hier Mark 4. Besuche die komplexen Sammelninformationen. 11 Meter. Okay. Hoch. Soll ich da hochhüpfen oder was? Liebe Community, jetzt dürfte mal wieder einen Ton sagen. Danke. Danke. Ach, ganz vergessen. Ja, okay, okay, okay. Ich sage schon nichts mehr. Ganz doof. Und das ist Protokoll 3-4-2. Die Energiequelle der Faltwärfer wird die Lade genannt. Sieht nicht so aus, als hätten Sie das Gehäuse perfektioniert. Hier ist nichts. Die Lade muss woanders sein. Anders Nord. Lade transferbereit und unterwegs zur Testkammer. Bis? Das ist es. Ah! Hahaha. Hahaha. Lade transferbereit und unterwegs zur Testkammer. Leute, das ist nicht fair. Leute, das ist nicht fair. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh okay du sagst mir bestimmt wo es lang geht auf geht's nach oben das habe ich mir gedacht ja genau was wieso von hinten ich Ja. Ich habe ein Lebenskit besorgt, dessen geschmacklose Rationen mich ein paar Tage am Leben halten müssten. Ich hoffe, mehr brauche ich nicht, sonst muss ich improvisieren. Und ich hasse es zu improvisieren. Okay, hier geht es jetzt nicht lang. Gucken wir mal da drüben. Da drüben ist genauso viel Feuer. Aber ob wir da noch ein Logbuch finden, Logbuch Eintracht oder sonstiges, gehen wir nochmal gucken. Ach, Quatsch. Komm schon, hier. Na lang. Äußere Ringe aktivieren. Testsequenz beginnt. Nö. Tö, Tö, Tö. Tö, Tö. Feefeees. Fies! Ja, ja, ist mir schon klar. Alter Schwede. Das ist unfair. Nein! War der falsche. War das ein Helm? Verdammt, wir müssen wieder zurück. Nein, nein, nein! Oh! Ja, ja. Doch, ey. Das geht so still. Ich finde diesen Helm da hinten. Eins von sechs Helmen. Ui. Jetzt habe ich es raus, hoffentlich. Oh, das ist ein Englisch. Boah. Hallo! Oh Ja, vielen Dank da dafür. Also sie schmecken nach Huhn. Hat jemand Hunger? Kann er schon mal loslegen. Ich nehme die Schrotflinte und ihr fangt an zu kochen. Alter Schwede. Okay. Okay, das geht bis da rüber. Was ist eigentlich? Lass mal gut sein hier. Okay. And it burns, burns, burns. Ring of fire. Ring of fire. Funktioniert, funktioniert nicht mehr. Ah, falsche Richtung. Okay. Alter Schwede, was verlangt ihr da von mir? Ist ja unfucking fassbar geil. Das ist mal sowas von heftig. Okay, das geht so nicht. Das geht so nicht. Mimimimimi. Ne, ne, ne. Das ist kein schlechtes Trial, meine Herren. Warum leckt das jetzt gerade? Auf zu lecken. Hallo. Einmal. Und den Helm haben wir. Fuck. Immerhin den Helm haben wir. Oh. Okay. Das war nicht fair. Leute, das ist ein Bug. Das ist echt ein Bug. Falle ich hier durch die Wand durch? Jetzt fahre ich natürlich nicht mehr durch die Wand. Das ist klar, weil ich viel zu weit weg bin. Ihr wollt mich verarschen. Okay. Funktioniert nur da, wo das Lämpchen leuchtet, oder was? Aua. Okay, versuchen wir es von hier. Ich falle durch die Wand. Und außerdem hat mein Junge hier ganz schön Zitter... äh... Zitteraal. Ich glaube... Hier ist was nicht in Ordnung. So, dann gucken wir doch mal, wo es jetzt funktioniert. Ey, jetzt bist du zu weit weg. Ah, fuck. Ich muss anscheinend auf der Seite anfangen. Und dann falle ich durch die Wand durch. Ich nehme auch gleich einen Cheat. Einen No-Clip-Cheat, damit ich die durchkomme. Ich habe schon kreuzweise, ey. Man merkt ja, dass wir das hier ruckelt. Oh, fuck. Die nachfolgende Sendung in Flizzerian sich locker um drei Stunden. Ah, fuck. Also, das geht einwandfrei. Und hier fliege ich durch die Maul. Alles klar, das geht gar nicht, Leute. Wir machen mal Folgendes. Wir machen das aus und wir machen es neu an. Das ist gerade eine Aktion mit Cloud-Daten nicht möglich. Was willst du? Wichtiges Update. Was? Spieler macht das Spiel an, verdammt. Puh. Na, komm. Hallo. Da ist es ja. Ja. Wie ihr seht. Ja. Irgendwas ist kaputt gegangen. Wir sehen ein bisschen viel bunt. Ich glaube eher. Ah. Jetzt ist es wieder. Jetzt ist es wieder richtig. Wir probieren es trotzdem. Ist mir egal. Wir probieren es trotzdem. Wir probieren es trotzdem. So. Linke Seite. Einmal. Ja. Selbst das habt ihr auch noch nicht gesehen. Gehe ich jede Wette mit euch ein. Guckt mal, wie das hier leckt. Das ist ja nicht mehr normal. Aua. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich muss da rüber. Nach hinten sichern. Nach dem Fallpilot. Ich habe mir noch so. Nö, ist hin. Krim ist hier ausgeschaltet. Nö. Ich stehe den Piloten. Bleib, bleib negativ. Stand by. Oh, ich bin jetzt schon wieder rausgejumpt. Uh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht kaputt. Oh. Ich backe hier aus dem Spiel raus. Das ist auch sehr wahrscheinlich der Grund, warum ich in der Wand hinten durchfahre. Mal gucken, ob das hier genauso ist. Ja. Tag. Somit müssen wir gucken, was für ein Neustart wir fahren. An welchem Punkt wir anfangen. Neue Missionen, sonstiges von da hinten oder von da hinten. Ob wir da neu anfangen. Weil das hier ist. Äh, ja. Jetzt komme ich auch schon nicht mehr da rüber. Der lässt mich nicht mehr. Und springen kann ich auch schon nicht mehr. Hahaha. Gut. Also, wir versuchen einen anderen Safe Point. Ich heute Nachmittag werde versuchen, da hinten den Safe Point rauszuholen. Dass wir da wieder loslegen können. Und auch meine Waffe ist schwarz. Äh. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist kaputt. Aber wir sehen uns auf alle Fälle heute Abend bei Aliens. Und nicht vergessen. Gestern gab es Teil 2 von Doom. Und heute? Teil 3 von Doom. Ich.